Ihm fehlt immer das Geld. 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 Heute ist Montag. Heute ist Montag. Es wird morgen schneien. Es wird morgen schneien. Es wird morgen schneien. Es wird morgen schneien. Das neue Museum ist einen Besuch wert. Das neue Museum ist einen Besuch wert. Das neue Museum ist einen Besuch wert. Warum ist es so heiß? Warum ist es so heiß? Warum ist es so heiß? Was hat der Arzt gesagt? Was hat der Arzt gesagt? Käse wird aus Milch gemacht. Käse wird aus Milch gemacht. Ich denke, Sie sollten noch 30 Minuten warten. Ich denke, Sie sollten noch 30 Minuten warten. Ich muss innerhalb einer Woche in meine Heimatstadt zurückkehren. Ich muss innerhalb einer Woche in meine Heimatstadt zurückkehren. Ich habe viel von ihm gelernt. Ich habe viel von ihm gelernt. Ich sagte ihm, er solle kommen. Ich sagte ihm, er solle kommen. Ich wollte rote Schuhe. Ich wollte rote Schuhe. Ich habe vor zwei Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Ich habe vor zwei Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Ich wünschte, ich könnte mehr Geld verdienen. Ich wünschte, ich könnte mehr Geld verdienen. Ich wollte mehr Geld sparen. Ich wollte mehr Geld sparen. Ich wollte mehr Geld sparen. Was ist in dieser Box? Was ist in dieser Box? Was ist in dieser Box? ISS Alles. ISS Alles. ISS Alles. Können Sie dieses Problem lösen? Können Sie dieses Problem lösen? Bạn có thể giải quyết vấn đề này không? Er war sehr enttäuscht. Anh ấy rất thất vọng. Er war sehr enttäuscht. Er ist introvertiert. Er ist introvertiert. Er ist introvertiert. Anh ấy là một người hương nội. Er ist introvertiert. Bitte teilen Sie mir Ihren Namen und Ihre Adresse mit. Bitte teilen Sie mir Ihren Namen und Ihre Adresse mit. Bitte teilen Sie mir Ihren Namen und Ihre Adresse mit. Ich bin froh, dich getroffen zu haben. Ich bin froh, dich getroffen zu haben. Ich bin froh, dich getroffen zu haben. Haben Sie schon einmal den Tokio Tower gesehen? Haben Sie schon einmal den Tokio Tower gesehen? Bạn đã bao giờ nhìn thấy Tát Tokio chưa? Haben Sie schon einmal den Tokio Tower gesehen? Mann! Ruf biết noch điện thoạinem ph ringing. Spricht sie Französisch? Hier können sie studieren. Hier können sie studieren. Hier können sie studieren. Hier können sie studieren. Er rannte so schnell er konnte. Er rannte so schnell er konnte. Lassen sie sich von seinen Worten nicht täuschen. Lassen sie sich von seinen Worten nicht täuschen. Lassen sie sich von seinen Worten nicht täuschen. Đừng để bị lừa bởi lời nói của anh ấy. Lassen sie sich von seinen Worten nicht täuschen. Ich kann gut schwimmen. Ich kann gut schwimmen. Tôi có thể bơi khá giỏi. Ich kann gut schwimmen. Wo ist die Toilette? Wo ist die Toilette? Wo ist die Toilette? Es war so dunkel, dass sie kaum etwas sehen konnten. Ich wünschte, ich könnte wie ein Vogel in den Himmel fliegen. Ich wünschte, ich könnte wie ein Vogel in den Himmel fliegen. Ich wünschte, ich könnte wie ein Vogel in den Himmel fliegen. Unsere Kinder mögen Hunde, aber ich bevorzuge Katzen. 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 Mein Traum ist es. Feuerwehrmann zu werden. Mein Traum ist es. Feuerwehrmann zu werden. Mein Traum ist es. Feuerwehrmann zu werden. Ich hörte, wie jemand meinen Namen rief. Wie lange kennst du sie schon? Er saß auf der Bank. 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 Wenn sie nicht ruhig sind, wacht das Baby auf. Wenn sie nicht ruhig sind, wacht das Baby auf. Die Milch schmeckt sauer. Die Milch schmeckt sauer. Auf dem Heimweg traf ich niemanden. Auf dem Heimweg traf ich niemanden. Diese Bücher gehören uns. Diese Bücher gehören uns. Diese Bücher gehören uns. Diese Bücher gehören uns. Heute ist es sehr kalt. Heute ist es sehr kalt. Heute ist es sehr kalt. Sie ist eine sehr gute Lehrerin. Sie ist eine sehr gute Lehrerin. Sie ist eine sehr gute Lehrerin. Er war zu Hause. Er war zu Hause. Man muss darauf achten, was er sagt. Man muss darauf achten, was er sagt. Man muss darauf achten, was er sagt. Dieses Haus verfügt über zwei Badezimmer. Dieses Haus verfügt über zwei Badezimmer. Dieses Haus verfügt über zwei Badezimmer. Je früher desto besser. Je früher desto besser. Je früher desto besser. Je früher desto besser. Du weißt viel über Sumo. Du weißt viel über Sumo. Wasch dein Gesicht. Wasch dein Gesicht. Wasch dein Gesicht. Wasch dein Gesicht. Er schickt mir immer noch von Zeit zu Zeit Briefe. Er schickt mir immer noch von Zeit zu Zeit Briefe. Er schickt mir immer noch von Zeit zu Zeit Briefe. Er schickt mir immer noch von Zeit zu Zeit Briefe. Eine Mücke hat mich gebissen. Eine Mücke hat mich gebissen. Eine Mücke hat mich gebissen. Die Box ist aus Holz. Die Box ist aus Holz. Die Box ist aus Holz. Ich habe viel zu tun. Ich habe viel zu tun. Ich habe viel zu tun. Machen Sie keine Fehler. Machen Sie keine Fehler. Machen Sie keine Fehler. Schau. Hier ist mein Fahrrad. Hier ist mein Fahrrad. Schau. Hier ist mein Fahrrad. Tschau, hier ist mein Fahrrad. Bitte schalten Sie den Fernseher ein. Bitte schalten Sie den Fernseher ein. Ich bin sehr beschäftigt. Sie sind süß. Sie sind süß. Sie sind süß. Ich mag diese Jacke nicht. Ich mag diese Jacke nicht. Ich mag diese Jacke nicht. Ist sie mit ihm gegangen? Ist sie mit ihm gegangen? Ist sie mit ihm gegangen? Mutter schnitt den Kuchen an. 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 Er wurde zum Präsidenten gewählt. Er wurde zum Präsidenten gewählt. Er wurde zum Präsidenten gewählt. Es gibt viele Wörter, die ich nicht verstehe. 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 Gute Schüler lernen fleißig. Gute Schüler lernen fleißig. Gute Schüler lernen fleißig. Was für ein Pech ich habe. 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 Es könnte morgen regnen. Es könnte morgen regnen. Er hat die Decke blau gestrichen. Er hat die Decke blau gestrichen. Es macht keinen Spaß zu Hause zu bleiben. Es macht keinen Spaß zu Hause zu bleiben. Sei nicht so wütend. Sei nicht so wütend. Sei nicht so wütend. Du solltest besser nicht gehen. Du solltest besser nicht gehen. Ich liebe dieses Foto. Ich liebe dieses Foto. Ich liebe dieses Foto. Das wollen wir wissen. Das wollen wir wissen. Ich möchte eines Tages nach Amerika gehen. Ich möchte eines Tages nach Amerika gehen. Ich sah ihn springen. Ich sah ihn springen. Ich sah ihn springen. Das Auto ist sehr schnell. Das Auto ist sehr schnell. Das Auto ist sehr schnell. Bitte laufen Sie langsamer. 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 Wann wird es enden? Ich bin letzten Monat nicht zur Schule gegangen. Ich bin letzten Monat nicht zur Schule gegangen. Ich bin letzten Monat nicht zur Schule gegangen. Sie kann nicht schwimmen. Sie kann nicht schwimmen. Sie kann nicht schwimmen. Er kam ohne zu fragen in mein Zimmer. 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 Ich habe Ohrenschmerzen. Ich habe Ohrenschmerzen. Ich habe Ohrenschmerzen. Wir saßen uns gegenüber. Wir saßen uns gegenüber. Wir saßen uns gegenüber. Ich mag diese Uhr nicht. 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 Vielen Dank.